Henlo und viel Spaß mit Franboa und ihrer leicht verstörenden Geschichte. Jax forever. Hehe, es ist so schön, euch zwei Verein zu sehen. Jetzt hätte ich gern den Hut, bitte. Vielen, vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Komm schon, Liebling. Kletter drauf, meine Spitze. Ah, süß. Er ist so niedlich. Und hier ist der Hut. Danke nochmal. Wow, danke. Ich muss jetzt los auf den großen Zauberer den Hut gehen. Tschüss. Hier ist dein Hut. Oh, mein Hut. Ich fühle förmlich, wie das Wissen mich geströmt. Ich bin glücklich. Das ist toll. Und was nun? Das Geschenk der Erde. Die Frucht. Muuu. Das Ergebnis von zufälligen Ereignissen. Damit wir es essen können. Schön, oder? Hehe, ja, unglaublich. Ja, die Frucht spricht jetzt zu mir. Sie sagt, das Buch. Mein Buch des Wissens. Es ist in der Bibliothek. Aber sei vorsichtig. Das Buch versteckt sich vielleicht. Also hartnäckig und geduldig. Gut, ich werde in die Bibliothek gehen. Warte, es gibt ein Passwort, um hineinzukommen. Lass mich nachdenken. Denk nach. Es muss etwas über Lernen sein. Hm. Ah, ich erinnere mich. Das Passwort ist, deine Sinne werden leicht manipuliert. Schalte sie ab, bevor du lernst. Oh, ich versuche es mir zu merken. Was bedeutet das? Es bedeutet, oft lassen wir uns Verständnis manipulieren werden. Blum, blum. Oft lassen wir unser Verständnis manipuliert werden. Wir sollten immer versuchen, den gesunden Menschenstand zu benutzen. Niemand sollte dir jemals sagen, was du denkst oder glaubst sollst. Sei hungrig nach Wissen und du wirst dich in deiner ständigen Evolution gewinnen. Oh, Evolution. Das würde dich frei machen. Du wirst jede Sekunde deines Lebens schätzen. Oh, ich finde, es macht Spaß zu denken und zu lernen und neugierig sein hilft. Ich gehe jetzt zur Bibliothek und finde ihr Buch. Haben wir nicht schon einen Stein? Können wir uns jetzt nicht mal hier... Hier, meine Klamotten. Hm, lass mich riechen. Hm, riecht nach Depressionen und kleinen Mädchen. Nice. Das könnte klappen. Wir machen einen Menschen. Oh, das ist so aufregend. Gut, jetzt. Geh in die Mitte des Sterns von Isterster. Okay. Neben den Fisch. Und denk an deinen Körper, deinen Kopf, deine Beine und das andere Bein. Und deinen Arm. Beide Arme. Jetzt konzentrier dich. Oh, öffne dich, Sesam. Wow, blaues Licht. Zufällig ausgewählte Elemente. Findet euren Pfad zur wahren Essens. Weltfriend, der Mensch. Jetzt. Wow. Geht's dir gut? Was ist geschehen? Ist es geschafft? Oh, wow. Danke, vielen Dank. Sie sind wirklich ein großer Zauberer. Ja, das ist mein Name. Großer Zauberer. Wegen der Größe. He, he, he. Na ja, danke nochmal. Das ist wirklich toll. Wir sehen uns. Ja, ich gehe jetzt mal in die Bibliothek. Fran, mein Liebling. Du bist wieder ein Mensch. Willkommen zurück. Danke, Kätzchen. Es fühlt sich toll an. Sind wieder ein Mensch. Mensch ist Mensch. Mensch. Erinnerst du dich, Fran? Du bist eine Mörderin. Du bist mein verrücktes kleines Mädchen. Verrückte Mädchen müssen bestraft werden. Tu, was ich sage. Tu, was ich sage, Fran. Spring. Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte es nicht. Oh, mein Liebling. Hör nicht auf diese bösen Dinge. Du bist stark. Nein, nicht mehr so viel. Wir sind jetzt nicht mehr ein Baum. Lass sie aus deinem Kopf raus, mein Liebling. Bin ich verrückt, Kätzchen? Sag es mir. Nein, mein Liebling. Du musst nur stark sein. Lass sie nicht in deinen Kopf spielen. Oh, mein Kätzchen. Ich fühle mich total kaputt. Meine Brust tut weh. Du hast keine. Oh, mein Liebling. Ich bin hier für dich. Ich weine nicht. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Wir sollten weitergehen. Gehen wir zur Bibliothek. Ja, ist ja nicht nur so weit. Guten Tag, Herr Borkenkäfer. Bleib sofort stehen. Hast du das Passwort? Ja. Ja. Na gut. Wie lautet das Passwort? Wie war das nochmal? Es ging ungefähr so. Deine Augen und Ohren sind beschränkte Sinne. Verschließe sie, bevor du lernst. Gut. Und warum ist das so? Denn nur dann können wir wirklich sehen, wie die Stadt, sie war vorher unsichtbar. Wissen ist überall. Selbst in der Dunkelheit und Stille. Du darfst reingehen. Viel Spaß. Das ist bestimmt das Buch, was wir suchen. Oh, es müssen Isterster Zahlen sein. Ich sehe so viele Bücher. Ja. Hallo, was tust du da? Ah, ich suche mein besonderes Buch. Das mit den... Oh, mal zwei Libellen auf einem Blatt sind. Oh, tut mir leid, dass ich frage, warum stehst du auf einer Leiter? Du hast Flügel. Ah, weil die Leiter zum Benutzen gemacht wurde, natürlich. Aber was weiß ich, ich brauche. Dann solltest du warten, bis du dran bist. Aber wenn es ein Notfall ist und ich nicht so lange warten kann, dann hättest du vor mir an Konsolen tun. Tut mir leid, aber ich muss weitersuchen. Oh, toll. Wie finden wir denn jetzt das Buch? Das sind Zahlen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist im Zahlenbuch von vorhin. Aber hier steht jetzt nichts mit Zahlen. Was ich überlege, ist, ob das vielleicht mit dem zusammenhängt, was beim Zauberer in dem Abacus drin ist. Oder vielleicht mache ich es mir auch einfach nur wahnsinnig schwer. Hallo, ich möchte nicht stören. Ja, Liebes, was ist los? Ich brauche Hilfe mit dem Schloss. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Nun, es ist so einfach wie eins plus eins zusammenzählen. Oh, verstehe, danke. Ich versuche es nochmal. Hey, kannst du mir die Kombination für das Schloss verraten? Nein, kann ich nicht. Das habe ich in der Schule noch nicht gelernt. Oh, und worum geht es in deinem besonderen Buch? Handelt von zwei Hasen, die Abendessen machen. Und dann kamen drei ihrer Freunde vorbei. Dann waren also fünf Hasen, die zu Abendessen essen. Sie essen Möhren, weißt du? Eins, zwei, e, sind fünf. Eins, drei, fünf. Oh, weiße Hasen, die werden zu Abendessen. Sieht so aus, hätten sie Spaß. Ich hoffe, es ist so. Zwei Hasen, dann drei Hasen, dann fünf. Oh, weiße Hasen, die werden zu Abendessen. Was für ein schönes Buch. Ja, jetzt möchte ich gerne weiterlesen, bitte. Oh, natürlich. Kann ich die benutzen? Ne. Was hat das Mädchen gesungen? Eins plus eins sind zwei. Also kommt, ne. Zwei. Eins plus zwei sind drei. Zwei plus drei sind fünf. Fünf, das müsste dieses e sein. Fünf plus zwei sind sieben. Wie war die Nummer von der sieben? Ist das... Warte, gucke ich nochmal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Ist nicht hier, also muss es das hier sein. Ja, fünf plus drei sind ja auch acht und nicht sieben. Gut, hätten wir das auch gelernt. Fünf plus acht, ähm... Dreizehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Das hier. Müsste es doch gewesen sein, oder nicht? Okay. Kann ich nicht tauschen. Das ist aber richtig. Oh. Okay, das ist also falsch. Das müsste denn 21 sein. Moment. Das sind acht. Okay. Okay. Acht. Das hier ist die Zehn. Das sind 18. Müssen aber 21 sein. Für 18 bis 21 führen uns so drei. Ja, nice. Der Hebel. Ah. Den Hebel wehen. Ah. Ich komme nicht ran, so typisch. Jetzt kann ich die Leiter benutzen. Das sind die Zwillinge gewesen. Das war das Baby im Brunnen bestimmt. Okay, okay, okay. Okay. Gut. Ist ihm gar nicht aufgefallen, dass wir im Frühling rausgekommen sind, äh im Sommer rausgekommen sind. Hahaha. So, muss jetzt eh wieder Winter werden, damit wir hier wieder zu unserem Zauberer kommen. Ich dachte erst, das hat hier was mit dem Arakus zu tun. Hier, Buch. Hier ist die Buch. Ich war in der Musikbos. Ich habe die Puppe gesehen. Das ist etwas, Schloss. Das klingt nach Spaß. Danke fürs Buch. Jetzt erinnern wir mich an viele Dinge. Viele, viele Dinge. Und was jetzt? Es sind noch zwei Dinge auf dem Stern. Ja. Fisch im Wasser. Naja, eher auf Fußboden. Guten Nacht, Lamm. Morgen wieder fleißig, brennen, tonnen, schwerer, äh, Lasten, äh, ruhig die Gegendstadt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Arbeitstag und eine gute Nacht. Schlafgut. Träume süß von sauren Gurken. Fisch. Freischwimmender Fisch. Geh zurück, kleiner Fisch. Geh nach Hause. Flöp, 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 flöp. Flöp. Das ist magisch. Können sie das auch mit anderen Wesen machen, wie Menschen? Hier noch was zu trinken. Ich habe Wasser. Dankeschön. Ich trinke. Moment. Komm her, Melonenwasser. Dann bye bye. Ja, schlaf gut. Natürlich, aber nur wenn die Umstände gut sind. Aber die Umstände sind oft nicht positiv. Ich verstehe. Hm, also. Wir müssen die fehlenden Steine finden, ja? Der Fisch hat mir gesagt, dass meine Schuhe an den Füßen eines tollen Tänzers sind. Weißt du, wo der Tänzer sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß es. Geh und schau nach. Aber ich brauche dafür ein Ticket. Immer noch. Ich habe kein Ticket, um in die Bar zu gehen. Du hast dein Ticket nicht? Das ist seltsam. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um reinzukommen. Der Tänzer muss drin sein. Du musst herausfinden, was zu tun ist. Ich kann es dir nicht sagen. Okay, ich schau, was ich tun kann. Tschüss. Ich habe kein Ticket. Kann ich ihr Ticket leihen? Mein Ticket gehört mir. Ich kann es nicht verleihen. Hart, dann gehen sie selbst hin bei und nehmen sich die Schuhe vom Tänzer. Oh, ich kann nicht. Ich treibe Hasenwissenschaften. Ich bin nah an der Antwort. Außerdem weiß ich, dass du es kannst. Du hast schon sehr schwere Aufgaben hinter dir. Okay, ich schau, was ich tun kann. Tschüss. Hm, toll. Wir sind genauso weit wie vorher. Dann kommen wir denn jetzt an den Ticket. Wir brauchen ein Ticket. Ticket. Im Herbst ist die Bar offen. Hast du ein besonderes Ticket gefunden? Die Show fängt gleich an. Der Text darauf könnte Ärger machen. Kann ich das vielleicht mit ihm tauschen? Das klappt nicht. Wir haben sie doch vorhin schon gescheitert. Das ist ein blöden Ticket. Vorher hat der Berg vielleicht ein Ticket? Nee, das funktioniert also nicht. Okay. Wenn ich hier ein Ticket finde. Ich muss randomen, wieТак veint er ein Ticket ist, einen Ticket teufchen. Genau. Wir brauchen ein Ticket. Also falls es noch nicht aufgefallen ist, wir brauchen ein Ticket. Kriegen wir denn ein Ticket her? Meine Güte. Kannst du die nochmal für mich singen? Hier gibt es noch eine Ticket. Hier kommt ein Ticket. Kriegen wir denn? Ein Bladed Ticket her. Sind wir? Da sind wir. Sind wir? Da sind wir. Ist das Holz weniger geboren? Oder ist es nur weil es Frühling ist? Das Holz ist weniger geboren. Wo ist das Holz hin? Oh. Komm schon. Geh rein und vergiss nicht. Ich brauche ein Ticket, um reinzukommen. Von daher, vielleicht kannst du eins von jemandem wegnehmen. Aber ich will nicht stehlen. Wir leihen uns nur Kätzchen. Wir gehen bis später zurück, okay? Hm, okay. Auf geht's. Bestimmt eine Tafel Schokolade. Ja genau, das ist Billy Bunker. Hm. 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 Das ist toll, ein Klavier. Das, das von alleine spielt. So. Ich sehe ein Ticket, das kann ich gerade nicht nehmen. Es wird benutzt. Eine Motte, die habe ich früher gegessen, aber jetzt nicht. Da ist der Baki da arbeitet. Ein Kiefer ist der kleinste, den ich hier gesehen habe. Sehr groß. Riesige Flöhe. Nein, danke. Okay, im Herbst. Da sind die Schuhe. Schlippies, yeah! Yes, wir haben ein Ticket. Wuhu! Ich habe das Ticket. Ich habe es. Du bist super toll, Kätzchen. Ich liebe dich so sehr. Jetzt komm hier rein. So, Herbst. Warte mal, hast du ein Ticket gefunden? Ja, hier. Ich habe ein ganz besonders tolles Ticket. Ja. Sieh mal an. Es sieht so aus, als hätte ein Ticket den Weg in meine Hände gefunden. Was? Lass uns mal sehen. Hm, das kann nicht stimmen. Auf keinen Fall. Hm, ich habe schon jemanden mit diesem Ticket eingelassen. Sehr seltsam, junge Dame. Huch, aber woher können Sie wissen, dass das Ticket von jemand anderem ist? Die Symbole sind richtig. Siehst du, aber schau. Dir die Handschrift an. Das gehört jemandem, der viel älter ist als du. Das sehe ich. Na gut, gibt es eine Chance, irgendwie hineinzukommen? Ich meine, geht es überhaupt? Wenn du dein eigenes Ticket hast, junge Dame, bist du hier mehr als willkommen. Das gehört mir nicht. Okay. Hm. Schauen Sie mal, ich glaube, das ist mein eigenes Ticket. Hm, okay. Verstehe. Aber die hast du selbst gemalt. Ja, ich dachte, das sollte ich. Ich war nicht eingeladen. Da habe ich mich selbst eingeladen. Hm, sehr clever, junge Dame. Nun, ich denke, ich kann dich reinlassen. Genieß die Show. Vielen Dank. Nice. Jetzt wollen wir nur die Schuhe. Und wir geben das Ticket wieder zurück. Hier ist ein Ticket. Tut mir leid, aber ich habe es genommen. Ich wollte es zurückgeben. Oh mein Gott, du bist ja x-nett. Danke dir. Vielen Dank. The kind thief. Yes. Hallo. Entschuldige, ich brauche deine Schuhe. Warum antest du mir nicht? Bitte. Ich glaube, er ist sehr konzentriert. Ach. Danke fürs Zusehen und denk daran zu abonnieren, liken und kommentieren. Wenn ihr da seid, dann ist der Schuhe. Und dann geht es weiter. Und dann geht es bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.